... wie Eibers. Ja. Kommt nur halt vorne raus. So. Eibers ist männlich. Ääh, menschlich. So. So. Wie ist der Plan? Ich... Irgendwas mit, äh, ab Level 5 Aufteil und ab Level 10 Summer oder so. Keine Ahnung. Nein, Diablo kann, äh, Diablo, Kamen, Tykes oder so. Mittellaufe, ich lauf Uno und, äh, da hier... Jetzt sind wir schon oben. Ab 10 oder was? Uterus und Illidan lauf in der Mitte. Uterus. Ab 10 oder wie? Naja, ab jetzt. Um, um. Also du schaffst ne Lane alleine. Ah ja. Feinürf. Och ne, ihr kleinen Wichser da. Hahaha. Kriegt doch immer alle unten, ne? Sag mal, dass ich die Taktik ihr... Ist... Ja, das ist ja unklar. Wenn wir mit zwei so einen kleinen Analkrebs da auflauern. Ja, kriegst du halt keine EPs, doch gut. Das überregt mich auch so ein Scheiter. Und sich beim Abfarmen, oder? Wird nix gefarmt. Da haben wir so zweimal Analkrebs da in der Mitte, Alter. Ein Analkrebs? Lass mich. Komm drauf. Nö. Ist oben willst du fighten? Auch ein bissel. Ja. Eigentlich sollten wir dann fighten. Immer nur im Team, wenn wir die Map-Mechanik holen. Jo. Jo. Okay. Muss porten. Okay. Ist so laut. Mütze sind zwei aufgefahren. Warum hätten die eigentlich EP im Vorteil? Was... Was... Was ist da los? Warum hätten die mehr? Ahn. Ein Mystikon, was irgendwie nur das Finally erledigt. nur noch nix kaputt gemacht? Erfolg, weil die keine Nerven nutzen Nos. Haben die schon den Turm kaputt gemacht oder fast 7? Green ? Nö. Dann versteh' ich nicht warum die ein Zentimeter vor raus sind. Ah, M civil, irgendjemand muss zu großere Hand sein. Das passt schon alles. Fugge. Ich will nur keine Unfug machen. Ach du mit deinem Blitz komm doch raus und kämpf doch richtig, Mann. Ich dachte wohl schon kämpfe. Ich konnte nicht stunnen, sorry, keine Ahnung warum. Kein Problem. So, Fresszack-Boom rein. Tribute Leute, Tribute! Tribute von Panem. Tribute! Die kleine Quarte da, ne? Oh ja. Oh ja, wirklich. Gibt's doch eigentlich schon ne Pornote von... ne Album Pornote. Ja, vorne von Game of Thrones, ne? Game of Thrones! Was denn? Kein Kommentar. Was denn jetzt schon wieder? Ist die falsch, oder? Ich würde die richtige so reinrennen, die wäre verrückt. Ihr müsstet eigentlich rechts und links absichern, damit man's holen kann. Boah, was... Erst holen wir halt hier. Weg da, weg da jetzt. Ich mach das hier, hol das Ding da. So macht man das. Google, ihr müsstet das so machen. Schau ab. Schau ab. Schau ab. Ihr müsstet das so machen. Schau ab. Schau ab. Heeeey. Und ich bin's gesperrt. Und verteilen bitte. Heeeey. Mensch, brauche unten. Ohohoho. Sag mal, wieso hältst du denn da unten eigentlich nicht auf? Aber was du achst? Ich hab auch gepostet, dass der bestimmt gilt. Den hol ich mit den hol es mir. Gerade vorhin hast du nicht zählt, du machst das allein. Damit wenn er hier oben zu dritt sei, kommt mal her hier. Egal. Das ist der große Spruch. Oh, der hat Fies gekrochen. Was? Mundgeruch? Er hat die Lunte gekrochen. So, jetzt komm... Oh, fuck, 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 fuck. Rispy, jetzt gehen wir drauf auf die Mutti. Jetzt machen wir hier Punkte hier. Wo ist mein Mate für die Mitte? Ach, komm. Ja, natürlich trifft die mich noch. Ich war hinter dem Minion zum Stück Scheiße. Oh, ist er weg? Oh, ist er weg? Joop, wir... Kommen! Ach Gott, sag mal jemand an, ich krieg das manchmal nicht mit. Hab ich ja. Ja. Ich hör auch manchmal nicht zu. Das ist natürlich ein geile Kombo. Da ist fort drinnen. Nichts hier und nichts. Nichts hier. Ich hab den Punkt. Von oben kommt Hyraele. Rainer, Rainer, Rainer. Oh, ich, 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 ich. Haben wir Heal? Ja, ich bin da, aber das ist... Au. Wir sind nicht vollständig, das merkst du sofort. Nutz es aus, dass die mir hinterher rennen. Boah, ist der so schnell! Hör auf! Geh weg! Boah! Alter. Hör auf! Hör auf! Puh! Haben wir's? Die Kombo ist so krank! Ja, ist das richtig krank? Ach du? Wir haben's gut, weg zurück. Macht er noch Fight? Ja, das kriegen wir auch noch. Wir kriegen einfach rex-gelump wieder. Boah! Naja, kann nicht nix. Das war Dix. Wir haben probiert zur Heile, aber da war nix drin. Oh, ich war gar nicht in der Range gestanden. Alles Lüge. Die machen den Boss unten, glaub ich. Geht schon! Naja, Tore lässt du noch in der Munde. Jetzt konntest du dann langsam mal hingehen. Dann müssen wir jetzt auch langsam Lager machen. Ja. Geh mal gucken auf den Boss ohne... Titus Franz und Ilsan, bitte. Komm Diablo. Ja, ich komm. Naja, ich glaub, die sind dran. Nee, sind sie nicht. Die sind in der Mitte. Nö. Nö. Komm in die Mitte. Komm, hol noch einen raus. Da hier, genau. Der Schützstein. Oh, nee, guck mal da. Boah! Alter, voll da. Nein! Weg da. Tribut. Ja, ich hab die noch. Also 13 bei uns am Lager. Das heißt, ihr habt zwei. Jo. Ja. Wer noch nicht einzeln in das Lager rein. Mensch, wartet, ob bis alle da sind. So gut. Das haben die. Lass sehen. Und das Lager haben die auch. Und das ist nett. Achtung, der hat die Rischi. Was? Und wir ging's. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre die richtige Gwede. Ja. Haben wir aber lang gebraucht. Weglauf. Egal. Wir müssen noch euer Lager unten holen. Ach, falsche Richtung. Oh, und lasst unsere Türme hinrufen. Was für Bug. Was ist der Hans so geflogen? Au. Ui. Wie? Ich glaub, das ist so nem Boss. Ihr seid so leise. Ja, wir müssen mal gewinnen. Ja, ohne Boss. Tribut. Wir sind alle konzentriert. Ja. Komm, geh mal runter, Tribut. Ja, Boss. Ne. Brudal. Los, Leute. Ja, zu zweit. Die sind wieder komplett vollständig. Wir müssen das vorher sammeln. Dass, wenn, wenn das Tribut erscheint, dass wir zu 5 dort stehen. Das muss besser gehen. Ja, den hab ich verschossen. Egal. Jetzt kommt我,シmer. Oh. Campen sie da natürlich. Warum auch nicht. Was du? Was du? Das war normaler Punkt. Also P-Gepush hast du hier unten noch nicht, Brazy? Oh, heute unten. Ich bin da links weg von der unten. Achso, ja, ich bin weg von der unten. Was ist das? Ich weiß nur, wie erst muss ich es kurz haben. Nee. Jetzt bist du bescheuert. Möchte sind... Bye. Guck mal oben beim Boss. Ahaha, gleich wieder runter. Tribute. Die machen oben, Boss. Oben, Boss. Oh, Jesus. Nein! Nein! Ich bin einkogged! Ich war allein! Was crazy! Oh, Exotools, du schaffst es! Ja, dann kriegen wir noch. Komm, du schaffst es! Ja! Wir müssen eigentlich pushen, das jetzt ausnutzen. Kriegt ihr das oben hin? Ja, komm, Diablo, lass mal her. Ja, ja. Pusht ruhig! Das klingt eben ironisch. Oh, Metzla, wirst du ein Schmetterling dann, wenn du fertig fischst? Ja! Ja! Oh, schaffst du da bloß rum, Mann! Mensch, mit der Länge kriege jedes Mal... ...eine Plume. Okay, nach dem gehen wir zurück. Wir können das Lager schnell holen. Was hältst du davon, wenn die noch unten sind? Okay. Okay. Danach konnte er eigentlich auch gerade rein drücken. Oh, hier nur Opa von hinten, komm! Ja wunderbar. Ich wollte immer mal nur Opa von hinten, was machen die da hinten? Was war das? Der hat Scouter so lang zu scheiß. Wie blöd. So, meine lieben Damen und Herren, wir haben jetzt einen Vorteil, den dürfen wir nicht mehr verlieren. Camp? Camp? Danny? Ja, hau. Wer pinkt, wenn wir alle zusammen im PS sind, sag mal. Ich? Mir ist denn ein Ping? Äh, anscheinend hören wir mal hier nicht zu, dann musst du pinken. Achso. Ja, hau. Söneres Head geht alles. So, wie ist der Plan? Sie sind hier oben. Jetzt warten wir. Verteilen? Ich halte meine Mitte auf. Müssen wir das nächste Tribut abfangen, ansonsten noch mal ein Problem. Doch, Wolf. Komm, hier rum uns in der Mitte. Da ist irgendwo Noah von. Ja, hab... Nee, der hatte nicht gar nicht hier. Nr. 1 hab ich. Ja, ich halte dich. Nr. 2. 3. Achtung. Jawoll, vor. Nein. Wollen einreißen die Scheiße hier. Toll. Servus. Hallo. Hallo. Einen neuen Mitspieler. Wo soll ich den denn hinstecken? Der spielt hier über Softestown. Der wäre. Ja, wie gut. Wo Platz ist. Da wo... Da wo Platz ist. So einführungsmäßig. Das ist was ich mein. Ja eben. Aber wenn er sich beworben hat, hat er dann eine Antwort irgendwann bekommen. Wurde ihn noch nicht bearbeitet, die Bewerbung. Rückzug. Turbute. Oh, der ist dran. Der Netgex knallt. Einfach mal Freundesrechte, wenn er noch nix hat. Und einfach in die Genie treiben. Und zack. Und den Chat geben. Und dann kannst los gehen. Der hat so... Oh, der hat geblinkt. Krass alt. Also ihr seid gerade voll mit dem Spiel. Wir sind gerade voll mit dem Spiel. Ja, wir sind gerade momentan... Vor allem sind wir mal am gewinnen. Okay. Viel Spaß. Los, Leute. Yo. Bye, bye. Yo, yo, yo. Es geht doch, Leute. Warum nicht gleich so? Easy. Also es gibt zwei Möglichkeiten, ein Video zu gestalten. Lustig und verlieren oder gewinnen und... H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Ja, laps und dann... Abatür und danngehen sollen so nicht mal die eigene Alternative werden. Ich brauch dring mal ne Alternative als Spiel, ja. Komm, wir holen uns mit den Nova, mit den Nova. Oh, Thrall kommt das, von Abatür und der Scheiße, ey. Na ja. Kommt gut, aber wenn ihr das dann fällt, ist der mein Priorität. Priorität. Pusche mal da nicht. die flammen welten sollte ich mir sparen wenn wir bei den gegnern drin sind ja ich bin ja auch noch in der nähe jetzt weg und jetzt würde ich gerne unseren post machen oder auch nicht erst mal tributen das ist viel cooler so was so cool jetzt drauf engage so annehmen das ding kill geil Nein. Jetzt der untere Boss. Untere Boss. Wieso skillt jeder Zerratool alles falsch? Was können die eigentlich? Ja, dich töten anscheinend. War die Hilfe? Achtung, oben. Wow, was war denn das? Raus da. Oh ne, komm. Was ist denn da los? Warum lasst ihr euch denn jetzt noch killen? Oh, das gibt's doch nicht. Guck mal, wieviel Leben der noch hat. Ja. Sag mich eher, wo alle waren. Also, ich bin wieder da. Das ist ja schön für dich. Jawohl. Oh, herrlich. Hey, ich hab dir meine skills. Hilf mir mal mit dem Camp hier, aber tu. Du hast das nicht mehr. Du hast nicht die meisten kills, ich hab die meisten kills. Ey, guck mal, ob du gestorben bist nicht. Und? Jo, läuft bei dir, läuft bei dir. Mit einer Rechtfertigung. Mach dir wieder Schwanzvergleich, ja? Ja, gut, wenn du damit anfangen, guck mal auf die LP. Der Ende überzählt. Da ist ja noch einer. Tribute? Die haben unten den Boss gemacht, Tribute. Was soll los? Glaubt ihr, wir schaffen es zu dritt? Puh. Zu dritt? Das seht so ein paar Tour mit. Na gut, momentan. Ja gut. Ich komm dabei, ihr seid hier. Kann kloner. Geil. Und Illidan und den Kröder. Illidan, ich geh mir hier ins Gebüsch. Wofern nicht darin, gibt es Schild für alle. Da ist er, da ist er, da ist er. Hier ins Gebüsch. Ah, zu früh gestartet, Mist. Ah, abrissen. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Kein Ding für den King. Der ist zurück, der ist weg. Geht zurück und def, teamt euch zurück und def. Lass das Lager direkt mitnehmen, wenn wir sind. Nicht direkt zurück, immer mit direkt alles mitnehmen. Wir haben's. Oh mein Gott. Ja. Zwei gehen zurück, Deffen. Ich weiße. Ich hab nie Support. Ja, ich komm. Dann macht ihr, geht ihr pushen. Wir schaffen das nur 2. Der ist so schlimm, Mitzlar. Ach, was. Ja, weil ich nicht allein mach so nix. Alles ganz einfach. Mitzlar hat Angst vorm Boss. Ja. Man mit dem Leben, ne? Hat aber ganz schön damage, der Tausk. Wir fahren mit dir da oben drauf. Ja, ja. Bis nur. Ich komme. Ich komme. Lafa. Wie der? Was? Äh. Wenn ihr jetzt da gleich Ena, ihr habt hier wieder einen neuen Bad Diablo. Wenn der jetzt den Schattenwiffer chatjoiten will, dann musst du dich doch annehmen oder so, ne? Nö. Ne? Dann musst du dich dann machen. Sein Automat ist drin. Äh. Es gibt in Gameplans. Natürlich muss man da annehmen. Aber dann kommt's drauf an, wo er rein will. Äh. Wir haben vier Stück. Ja. Ne. Einfach nur den Scheißschatten, Mann. Einfach nur den Scheißschatten. So. Geh doch einfach mal zum Bratwurst spähen. Das ist die Lieder. Der sagt dir das. Der müsste da sein. Jo, das war's. Schön, dass ihr das ausgenutzt habt jetzt. Die müssten die Ablust sein. Ja. Herrlich. Das ist alles nur wegen meiner Ulti. Jo. Weil ich schon seit drei Tagen tot bin. Ja. Sieh schon. Es läuft bei dir. Läuft. Es läuft bei dir für immer. So, das beenden wir jetzt hier. Jawohl. Mach doch mal fertig. Der Ablust hat die Ulti und alles stimmt. Ja, ist halt so. Der Ablust hat die Ulti und alles stimmt. So, da kann ich gar nicht sehen wie der down geht. Drei, zwei, eins. Ja, meins. So. Muss ich jetzt bei Seek auch Niederlage reinschreiben? Oder? Nein, da schreibst du doppelt Seek. Nein, dann passt. Achso. Da passt. Alles klar. So, Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Jetzt können wir ja die nächste Folge direkt mit Voice Changer machen, wenn wir jetzt warm gespielt sind. Na? Ja, wenn sie die beiden. Oh Gott. Was? Definitiv. Ey, Piggy. Hallo.